Die Ehe von Mike Case und Michelle Monbollin ist jetzt endgültig am Ende. Nach den Schlagzeilen der letzten Tage meldete sich die Schauspielerin jetzt mit der Nachricht über das Ehe aus. Traurige Nachrichten von Mike Case, 34, und Michelle Monbollin, 44. In den letzten Monaten sorgte die Beziehung des einstigen Sommerhaus der Stas-Paares für eine Menge Schlagzeilen und es schien, als hätten die beiden eine harte Zeit hinter sich. Nachdem vor einigen Wochen dann Fotos aufgetaucht waren, die den 34-Jährigen auf Mallorca mit einer anderen Frau zu zeigen schienen, behauptete B. Realkollegin Arielle Rippegedder dann kürzlich auch noch, eine Affäre mit Mike Case gehabt zu haben. War das vielleicht zu viel für Michelle Monbollin? Im Netz meldete sie sich vor wenigen Tagen jetzt mit traurigen Worten. Nachdem Michelle Monbollin sich bislang nicht offiziell zu den Behauptungen von Arielle Rippegedder geäußert hatte, teilte sie kürzlich ein vielsagendes Statement in ihrer Instagram-Story, was danach klang, als sei die Ehe mit Mike nun endgültig vorbei. Ich könnte mir jetzt Vorwürfe machen, warum ich so lange gekämpft habe oder vielleicht blind war, aber mache es nicht, weil ich es aus Liebe getan habe. Ich gehe erhobenen Hauptes aus dieser Ehe raus. Nun steht fest, die Beziehung des Paares ist vorbei. Bei Instagram gab Michelle Monbollin Ende Oktober die Trennung von Mike Case bekannt. Ich habe mich für die Trennung entschieden. Es ging lange hin und her. Wir hatten viele Gespräche gehabt. Ich habe sehr gespürt, dass Mike ausbricht. Runde Klammer. Es ist ganz klar, dass eine Trennung unabdingbar ist. Die Affäre ihres noch Ehemanns mit Arielle Rippegedder hätte die Schauspielerin schwer getroffen. Ich habe nach einer versteckten Kamera gesucht. Gegenüber Promiflash gab sie außerdem bereits vor Tagen zu, dass sie vorab nichts geahnt hätte. Ich habe gar nichts gemerkt, weil wir waren auf einem tatsächlich echt guten Weg. Schon im letzten Jahr hatte es heftig bei dem Paar gekriselt. Sogar von Scheidung war damals die Rede. Doch offenbar gelang es den beiden, sich wieder zusammenzuraufen. Gerne, nicht? Sogar von Scheidung. Sogar von Scheidung. Sogar von Scheidung. Bezüggel. Wer sind, dass sie vor guter und sich wieder vorgesehen hat. Bitte seid ihr wartime zu vor. Sogar von Scheidung. Sogar von Scheidung. Vielen Dank.